Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Pixelmon. Ja, wir haben das letzte Mal ein bisschen am Haus angefangen, brauchen dafür Wolle. Ich möchte aber unten gerne nicht die weiße Wolle machen. Und dafür brauche ich schwarze Wolle und schwarze Wolle bekommen von Tintenfischen. Ähm, wo soll ich das Bett hin machen? Ja, da ist ein Weg. Ich mach's hier mal hin. So, also Schafe. Wollte hier mal ein bisschen umgefärbt werden. Ja, genau. Ah, da bin ich. Die Ghost Brows. Hat's hier irgendwo Tintenfische? Okay, ähm, schein' es ein bisschen falsch, falscher Name zu haben. Level 11, scheinbar. Geben Kabuto. Nein, die geben keine Tintenbödel. Dann müssen die, ähm, Tentachos geben wahrscheinlich. So, ich möchte aber... Am besten ist mir momentan nicht so trainieren, weil... Oh. Top-Label. Wow. Okay, super, danke. Ähm, ich brauche Tintenfische. Da ist... Was ist das für ein Räumau-Reiter? Was ist es? Hm, das ist dieser andere Fisch. Ja, gibt's irgendwo Tinten... Ja, da gibt's Tintenfisch. Okay, immerhin. Komm, es ist ein bisschen hoch. Ich brauche da eine... Ähm, schwarze Farbe, Tintenbödel. So, und runter. Oh. Was ist das für ein Stein? Wahrscheinlich die Ärzte vom Wasserstein. Zwei. Das reicht eigentlich schon. Wenn wir gleich mehr haben in der Nähe, da können wir gleich noch ein bisschen Vorrat holen. Ja, vielleicht finden wir... Äh, brauchen wir das schwarze Zeugster. Na, da treten... Da sind sie gerade ja in der Oberfläche. Mehr schwarze, also Tintenbödel. Ja, toll. Wirklich toll. Da hab ich... Ja, das ist zu weit rum. Kommt mal hoch, bitte. Na, komm, lassen wir's. So, komm, mal ein bisschen schneller vorwärts kommen. Das sind... Pony, das... Okay. Das ist ein grosses. So, ich krieg mal... Welches Level bist du? Level 18, okay. Hm. Sein Pluslevel wäre auch gut, aber die sind... Hab ich so das Gefühl, ein bisschen schwach. Und das sind das... Man-Tipps, so wie die heißen. Mal schauen. Ich brauch rum, denk, noch ein neues Pokémon. Montags... Auch Montags. Okay. Das ist jetzt nicht die kleinen. Hm. Ähm... Ja. Amen. Das ist... Nicht normal. Ich verstehe nicht, wieso... Immer auf einfach ist. Das Spiel soll in friedlich laufen. Ja, wie kann man sich jetzt wieder heilen? Ja, muss ich dann doch etwas anpflanzen, weil es die ganze Zeit wechselt. Wirdopla. Ich brauch kein Pflanzen, ja. Nein, ich will kein Pflanzen-Pokémon. Am Anfang. Also, ich mach's so, dass, ähm, ja. Zwischendurch, wenn wir da mehr Pokémon-Auswahl haben, ich die Pokémon wechsle einfach so, dass es ein bisschen mehr Abwässlung gibt. Und, ja. Bestimmte, ähm... Ja, Voraussetzungen bei Arena zum Beispiel, oder so. Tragen wird... Äh, ja. Nehmen soll, wie möchte. Ja. Ja, wir haben keine Truhe mehr, die... Ja, machen wir... Zwei Truhe... Nein, zwei, so. Ja, toll. Hallo, aufteil. Du noch. So. Danke. So, ich werde noch, ja, hier eine machen. Gut, zwei nehme ich mit. Und werde dann für viel, äh, an Schafen machen, damit ich mehr schwarze Weile bekomme. Ähm, das, das Kleine. Hier habe ich noch keine Wohle hängen. Ah doch. Schon. Knopf, wenn du, du hast irgendwie... Komische, ähm, Grafik-Bugs. So, die Kühe, dann wird's auch gut. Also, ich brauche groß, grösseres Feld. Soll ich das unter jetzt? Ich mache wegen dem Pokémon. Ja, aber das geht doch lange. Hm. Ähm, es gibt eben die Sache mit den Flug-Pokémon. Die sollten das Feld nicht zerstören können. Ja, da warte ich noch, bis ich eine bessere Spitzhocke habe, aber ich könnte sie dann hier machen. Einfach so im Berg drin. Ab hier mache ich dann einfach so ein bisschen hier auf, also ab eben, wenn ich eine gute Spitzhocke habe. Ich habe hier eigentlich Diamanten. Jetzt bräuchte ich noch, ähm, Leder. Und Zucker für die Bücher. Ah, da geht's hoch. Lamos. Zwei Lamos. Mhm. Was ist das da? Entunnel. Abra. Okay. So. Also, dann werde ich das zähig so untätig machen im System halt. Du, da kannst du nicht weg, bitte. Also, bam. Das ist schrecklich, Hassi. So. Also, Rolle kann ich scheren jetzt. Dann platzieren wir die Däumwohle mal auf diese Seite. So. Weiße Wohle, ähm, machen wir dann drauf. So. Ja, es geht langsam, aber stetig. Immerhin. Okay. Also, dann gehen wir noch mal zur Verhandelschaft. Suchen mal ein Pokémon. Kommt mal. Hm. Das muss nur machen. Junkloader habe ich leider auch nicht. Ich könnte ihn mal holen. Hm. Ja, ob sich das lohnt. Ein Zubat. Ich mag irgendwie X-Bat, aber das mache ich dann, wenn ich schneller X-Bat bekommen kann durch Leveln. Okay. Kramworks. Hut, Hut, Hut. Hm. Ja, was wollen wir dann? Was wollen wir fangen? Wieso läuft es momentan nicht so flüssig? Keine Ahnung, wieso. Vor allem, wir haben die neue Minimap sollte jetzt nicht mehr zurücksetzen die ganze Zeit. Mach doch. Hallo. Ja, genau. Null FPS. Okay. Von mir aus. So, jetzt geht's wieder. Hallo? Jetzt geht's wieder nicht. Jetzt geht's wieder. Irgendwas ist mir momentan problematisch. Kurzen Schnitt. So. Ja. Ich habe es, denke ich, geschafft. Ja. Es geht nicht mehr so. Ähm. Ja. Mein Kräft brauchte wieder irgendwie 70% meiner CPU als einen Kern, weil ja ja, wo nicht alle Kerne benutzen kann. Und deshalb, ja. Leck das halt kurz. Tut mir leid. Pikachu, Pikachu. Heißlebe. Nimm teils. Pikachu, komm, schlaf. Ähm. Tackle. Tackle. Nein. Kampf. Schlafbude. Superactive. Tief. Gut. Schläft. Superbar. Toll. Dankeschön. Jetzt haben wir Pikachu. Ähm. Hallo? Wieso gehst du nicht mehr? Ist die Steuerung wieder zurück gesetzt worden? Hm. Wegen was ist die Steuerung weg? Er bräkert. Mach das mal so. Falscherung. Show thema. was ist eigentlich left bracket? Wirst du gar? Ähm. Ich möchte gerne da ist es. Da ist es. Ich möchte gerne Pikachu auswählen und es mal bei einem kleinen Gegner probieren zu trainieren. Ich denke es ist weiblich. wo steht es? Wo steht es? Wo steht es? Wo steht das irgendwo? Vorher war ja mein erwerblichst careful. Das ist so ein schlechtes Ich brauche SP-Angriff plus. Ja, das ist einfach unser Moskotchen. Ich werde noch ein besseres fangen. Schau nicht mal. Ladybar ist wahrscheinlich zu stark. Weil ich ja wenig, also mein Pokémon hat ja wenig Leben. Hm. Ich werde dich mal ein bisschen kämpfen sehen. Hallo. Hier ist ein kleiner Wasserfall. Ja genau, stürzt mal runter. Sehr gut. Schade, dass man kein Pokémon steuern kann. Ich glaube, das geht nicht, wenn es geht. Bitte unten in den Kommentaren, weil es wäre richtig cool, wenn man fliegen könnte. Einfach nur mit einem Pokémon. Und man sich hinboten könnte. Nein, das ist nicht so mein Ding zum Leben. Von mir aus. Hut, Hut. Hey, gibt es nur die gleichen Pokémon hier? Danke, geh weg. Du bist zu fett. Der, ähm. Der Ball, also der. Ja, wo man, ähm. Hitbox, glaube ich, ja. Ähm, die Hitbox ist ein bisschen blöd. Ich mach jetzt hier mal dann eine, ein Loch, das ich rund und rauf kann. Ist ja mega blöd. So, müssen wir noch leiten holen dann. So, müssen wir noch leiten holen dann. Mal kurz hier schauen, wie weit wir sind. Ah, so, ist ungefähr gut. Ja. So. Hier auch noch. Genau. Dann haben wir hier einen Eingang. So. Dass man schnell nach oben kann. Ähm, ja, jetzt muss ich nochmal hier nach oben. Hört jetzt auf Schafe, bitte. So. Weiße Wolle. Und jetzt, ähm. Ja, ich werde mal die Birken dazu benutzen. So. Oh, cool. Gibt ja ganz viele. Vierundzwanzig. Ich werde noch ein bisschen machen. So. Hallo. Was ist denn los mit dem... Irgendwie die Stern gerade nicht so gut erkannt. Ja, ich werde es auf diese Seite machen. Nur mit echtem Grafikfehler drin. Wahrscheinlich ist der Grafikfehler wegen dem 1.8 Texte-Pack. Und deshalb ist der Grafikfehler, weil das die Leiter sich ja verendet hat. Ja, was soll ich jetzt hier? Ich mache jetzt einfach eine Wand hier. So. Okay. Vielleicht noch ein bisschen Stein. Die Birke kommt jetzt auch weg. So. Damit wir ungestört den Schafen... Oh, gut. So. Donnerwelle. Das wäre nicht so gut. Ähm. Donnerschock. Nochmal Donnerschock. So. Drei Verräten. Drei Verhadens. Die Verhadens. So. Also, ähm... Mit die Bären wieder. Wollen wir Bälle machen? Ja, noch nicht. Ähm. Ja, wir haben eigentlich genug Eisen. Ah ja. Okay. Ähm. Ja, Minecraft stürzt ein bisschen ab. Ähm. Ähm. Ja. Ich hatte gerade ein bisschen Lärm im Haus. Und habe mich abgebrochen. Und, ähm. Als ich wieder begonnen habe, mit dem Aufnehmen ist Frems abgestürzt. Und hat ja mit sich gerissen. Und ja. Ja. Okay. Jetzt geht's wieder besser. Gut. Ähm. Ja. Verpasst habt ihr nichts. Das ist gut. Weil... Ja, das letzte Mal habt ihr ein bisschen verpasst. Weil es nicht gespeichert hat. So. Also das Eisen. Ja, brauche ich jetzt gerade nicht. Mach hier rein. Die hier rein. Ups. Ähm. Ja, also. Ja, wir haben Pikachu gefangen. Und... Müssen es mal heilen. Okay. Duh, 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 duh. Ja, ja. So. Ähm. Hallo? Ah ja. Also, ähm... Eigentlich möchte ich ja ein neues Pikachu... Ich weiß nicht. Pikachu soll irgendwie nicht ein Kampf-Pokémon sein. Ich lasse das mal nicht trainiert. Muss ich ja dann weglegen. Irgendwann mal. Oh, ein riesen Red-Town, aber... Ja, ist nicht so gut zu gebrauchen. Ja, die von Pixelmon hätten lieber die erste Generation mal vollständig gemacht oder so. Aber schon gut. Irgendwann findet man auch die guten Pokémon hier. Das ist ein bisschen regionsbedingt wäre. Besser wäre. Vielleicht muss ich dann auch die Pokémon... Ja, Pokémon-Anzahl vergrößen. Also, schauen wir mal hier unten. Hier ist ein Ball. Okay. Finster Ball. Sehr gut. Ja, ein Unlicht-Pokémon möchte ich mal trainieren. Das... Habe ich sogar... Bei, ähm... Was habe ich gespielt als letztes? Also, eigentlich habe ich ja, ähm... Blut-i-Platin als letztes gespielt, aber das ist ja keine richtige Version. Ich habe, glaube ich, Feuerrot als letztes gekauft. Und... Rubin-Version am letzten gespielt. Und das war 2004. Ja. Das war noch 2004, also vor elf Jahren. Oh, das geht... Das, das... Das ist lange her. Da haben wir noch nicht mehr so die ganzen Erinnerungen davon. Aber ich weiß noch, ich hatte bei, ähm... Rubin, als Rubin neu rauskam, habe ich es direkt am ersten Tag gekauft. Und ich hatte als erstes Pokémon überhaupt gesehen, ein Shiny Hydro-Pi. Was ist Hydro-Pi? Nein. Ich weiß nicht, wie das heißt. Doch, muss Hydro-Pi sein, ja. Ja. Genau, das war es, der Pokémon einfach von der dritten Generation. Und, ähm... Wow! Der Vogel wie ich. Taubos, ja. Wow! Wie schnell ist... Das wirkt alles so unwirklich. Ah, Mann, oh. Ich behol mir dann einen anderen Vogel. Glutexo ist ja nicht so groß. Eher klein. Ja, okay. Schade wird das, ähm... Blurak dann auch nicht so groß. Okay, dann trainiere ich mal Glutexo. Wir könnten mal ins Gebirge schauen, nach einem Pokémon. Stara... Stara... Irgendwie da. Stara Dingspunks. Oder ist das nicht das? Doch, Starapto. Genau, Starapto. Gjör... Das ist eines der neueren... Äh, 45, okay. Wow! Na, du Sumoringer. Relaxo, komm schon. Wahnsinn. Hey! Hallo! Hallo! Nicht erdrücken! Nein! Nein! Nicht erdrücken, bitte! Komm schon! Ah, du Arme! Sooo! Kikli zwei. Schlecht. Fumpy. Das sind alles... Stara Dingspunks. Der ploppt einfach weg, okay. Der Fumpy. Oder das Fumpy. Hm. Okay, ähm. Macholo und, ähm. Donfan, okay. Fumpy ist... Weiterentwicklung. Ah, ja. Hm. Das geht momentan sehr flüssig. Das liebe ich jetzt. Man muss nur ein bisschen einstellen. Also, Fraps mag nicht alles. Und... Vor allem, als Java und den Java irgendwie ein bisschen überfordert ist, ist... Ähm. Fraps auch ein bisschen überfordert. Komischerweise. Hm. Das sind ja nicht immer die gleichen Pokémon. Ich hätte da gerne eines der beliebten Pokémons. Was ist das? Hier geht's runter. Hm. Was dort? Wo war's jetzt? Da, Portrott. Wahrscheinlich. Hm. Ich hatte nur ja das Gelbes gesehen. Ein bisschen nachschauen. Was war's eigentlich, was da heißt. Wie die gleiten? Die gleiten irgendwie eher. Die nehm ich mal mit. Wieso nicht? So. Ein kleines Marscholle ist da. Es versteckt sich von uns. Wow. Sehr viele Pokémon im Wasser. Jo. Ähm. Ich nenne das dem, ähm, Waypoint mal, ähm, Gebirge. Gebirge. Und in... Ja, so orange, gelb. Und sind das die Gebiete. Und, ähm, ja. Wenn wir dann schnell leveln müssen oder, ähm, das Pokémon suchen, können wir hier hinporten. Aber das darf man da nicht mehr. Also das sind ja immer Teleportregnen für mich, für mein Let's Play. Also sollte ich da nicht allzu viel verwenden als eben Spaß. Sonst kann ich natürlich auch laufen. Ein... Ein Ding wäre noch nett. Aber Level 2, nein. Ja, also dann... Schade. Zwölf. Zwölf. Das können wir führen. Zwölf. 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 Ja, gut. Genau das wollte ich. Komm schon. Ich finde den gut. Ich glaube, das entwickelt sich sogar, ähm, zu Geo Watts. Weil, ähm, das in diesem Spiel... Ah, da gibt's einen Tausch. Oh, ich hoffe, ich kann Tausch. Ah, geil. Ich mag einfach Kleinstein und bisschen... Pipi. Das sind Tränen. Okay. Also dann schauen wir nächstes Mal weiter. Und jo. Ich musste schauen mit dem Textpack, weil ich möchte es da nicht unbedingt jedes Mal wechseln müssen. Weil ich natürlich, ähm, ja, die Channels nur... Also die Pokémon-Namen, also im Launcher äh, ändern kann, sollte, muss. Und dann ist das Textpack dann immer falsch. Ja, muss man schauen. Jo. Also dann sage ich Tschüsschen und ja. Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Bye.